Hallo, hallo Leute, schönen guten Tag zusammen, hallo, das ist keine Pressekonferenz hier, ja? Sorry, aber wir sind von der Kriminalpolizei und möchten hier ganz gerne unsere Arbeit machen, ja? Vielen Dank für Ihr Verständnis, Dankeschön. Das Wort wäre doch gut hier. Runter, bitte, runter. Das ist einfach so, das gibt's doch gar nicht echt. Muss man doch wissen, ey. Dankeschön, diese widerlichen Assgeier. Ja, wer will es Ihnen verdenken, wenn eine junge, hübsche Studentin und der noch aus dem Ausland hier bei Ihnen im Hotel schmullos verschwindet? Und die Frage nach dem Fluch ist vielleicht gar nicht so unberechtigt. Immerhin sind in den letzten sechs Jahren hier elf Menschen ums Leben gekommen. Elf Menschen. Nicht Ihr Ernst, oder? Jetzt wollen wir wieder mit alten Geschichten anfangen? Ich hab gerade genug Probleme. Frau Brück, wir sind nicht hier, um Probleme zu machen, sondern um diese zu lösen. Sagen Sie mal, für so ein, ich sag mal, günstiges Hotel, sehe ich relativ viel Kameras. Wie kommt denn das? Ja, das Hotel steht in einem problematischen Viertel und das zieht leider auch problematische Gäste an. Und die Kameras, die dienen der Sicherheit. Gut, dann möchten wir die Aufnahmen aus der Nacht, als die Studente verschwunden ist, gerne mal sehen. Gibt's ein Problem, oder was? Na ja, ein Problem direkt nicht, aber... Ja, was denn? Können wir die Aufnahmen jetzt sehen? Die Aufzeichnungen, die Sie sehen werden, werden Ihnen nicht helfen. Sie werden Sie vielmehr verwirren. Das ist das Video aus der Nacht, in der Frau Braun verschwand. Und das ist das Bild unserer Überwachungskamera in den Fahrstühlen. Ja, dann lassen Sie mal laufen. Die Aufstuchttür geht gar nicht zu. Ja, das haben wir uns auch gefragt. Aber unser Hausmeister hat uns später versichert, dass da kein Defekt an der Tür vorlag. Aber passen Sie auf, jetzt wird's richtig merkwürdig. Sieht fast aus, als wenn sie sich vor jemandem verstecken würde, oder? Aber da ist ja niemand. Jetzt passen Sie auf. Es wird ganz verrückt. Mit wem redet sie denn? Vor allem ohne den Mund zu öffnen. Das ist schon sehr seltsam. Hey. Da. Und jetzt schließt die Tür. Was war das? Hab ich doch gesagt, das Video wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Ja, aber es gibt ja noch mehr Kameras hier. Wo sind denn die Aufnahmen davon? Sie muss ja irgendwo drauf sein. Wir müssen ja feststellen, ob sie das Hotel verlassen hat, wann sie das Hotel verlassen hat, ob ihr jemand gefolgt ist, diese Dinge. Ähm. Ja. Was zählt schon wieder? Sonst ist sie nirgends zu sehen. Was soll das heißen? Ja, das heißt, dass keiner der Kameras Sie beim Rausgehen gefilmt hat. Moment mal. Sie wollen damit sagen, dass Sie seitdem das Hotel nicht verlassen hat? Die Aufnahmen brauchen wir trotzdem zur Auswertung. Ja, Nasewand K11 hier. Ich brauche zu unserem Einsatzort ein paar Kollegen für Durchsuchungsmaßnahmen. Ja, möglichst schnell, bitte. Okay, danke. Ciao. Ihre Zimmernummer? Ähm, die Fünf. Das Zimmer übernehmen wir und Sie schließen bitte alle Türen. Hier darf keiner mehr raus. Aber das geht nicht. Tun Sie einfach, was wir Ihnen sagen, okay? Zimmer Fünf, sagen Sie, ja? Kurze Frage. Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Erster Flur, check. Keine Spur der Gesuchten. Zweiter Flur auch, check. Niemand hat die Gesuchte gefunden. Die kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Verstanden. Guck mal hier. Entweder alt oder tatsächlich Einbruchsspuren. Wie alt meintest du es, Hanna Braun? 21. Komm mal hier. Benutzt das Kondom? Na, immerhin verhütet. Na, wenn man das so sieht. Also, was könnte passiert sein? Mr. X hat sie vielleicht irgendwo im Hotel hier gesehen. Ist ihr denn zum Fahrstuhl gefolgt, hat sie bedrängt. Und dann hat er gesehen, welches Zimmer sie hat. Deshalb auch ihr komisches Verhalten auf dem Video. Ja, vielleicht hat er dann die Tür aufgebrochen. Dann hat er sie vergewaltigt, getötet, die Leiche versteckt. Aber es wäre völlig dämlich, seine DNA im Tatort zu lassen. Ja, völlig behämmert. Es gibt doch keine Kampfspuren hier. Kein Tropfen Blut. Und keine Leiche vor allen Dingen. Wissen wir, ob sie irgendwie ein gesunderliches Problem hatte? Nichts bekannt. Drogenprobleme vielleicht? Kollegen, einer der Gäste hat sie auf seinem Zimmer verbarrikadiert und wehrt sich gegen die Durchsuchung. Timo Becker hat das Zimmer seit drei Tagen gebucht. Der Kollege holt gerade die Ersatzkarte von der Rezeption. Seit drei Tagen, ja? Das würde passen. Sie wird seit drei Tagen vermisst. Kriminalpolizei aufmachen. Verschwindet. Lass mich in Ruhe, halt ab. Ja, alles klar. Also, dann mal los, Kollegen, ne? Die Hand will ich sehen. Die rechte Hand nach vorne. Aber Flott, ich will die Hand sehen. Verdammt nochmal. Okay, runter damit. Hier hin, auf die Ecke. Langsam. Und jetzt zurück an die Wand. Zurück an die Wand. Schön ruhig. Also, hier ist sie nicht. Was hast du mit dem Mädchen gemacht? Welches Mädchen? Ach, du weißt doch genau, wen ich meine. Was ist denn das hier? Das soll damit sein. Genau solche Pillen haben wir bei Hannah Braun im Zimmer gefunden. Hier. Sie wird seit drei Tagen vermisst. Ja, ich hab dir am ersten Abend im Hotel kennengelernt. Unten an der Bar. Hingelernt, ja? Was heißt das? Vergewaltigt oder ermordet? Was? Nein! Man, sie waren halt einen Abend hier und dann, wir hatten keinen Sex. Wir haben ein bisschen gequatscht und was geraucht. Weiter. Dann hat sie mir diese Pillen gegeben. Er hat gemeint, sie würde sich damit besser fühlen. Was heißt denn besser fühlen? Was weiß ich, Mann? Bin ich Arzt oder was? Weiter. Was ist dann passiert? Dann hab ich mir vier von diesen Teilen eingeschmissen. Die haben mich ganz schön weggeblasen. Junge, ich glaub dir kein Wort. War es das mit dem benutzten Kondom in Ihrem Zimmer? Und mit der aufgebrochenen Tür? Welches Kondom? Welche Tür, Mann? Wir waren die ganze Zeit hier und haben uns vollgetrümmt. Ich schwör's. Eine Schwur eines Fixers. Großartig. Wir finden doch heraus, ob du die Wahrheit sagst. Gute schön. Da ist unsere Tochter noch glücklich gewesen. Es hat sich so geändert, als sie zum Studieren nach Zürich gegangen ist. Sie fehlte immer häufiger in den Kursen und hat sich krank gefühlt. Die Reise nach Deutschland sollte sie auf andere Gedanken bringen. Bitte schön. Danke. Unsere Kollegen haben in Hannas Zimmer Pillen gefunden. War sie in medizinischer Behandlung oder hatte sie vielleicht ein Problem mit Betäubungsmitteln? Sie sprechen von Drogen. Nein. Unsere Tochter würde nie Drogen nehmen. Auf gar keinen Fall. Und ob sie in Behandlung gewesen ist, das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Sie ist 21 und erwachsene Kinder erzählen ihren Eltern ja leider nicht immer alles. Was ist mit ihrem Internet-Tagebuch? Internet-Tagebuch? Ja, Hannah hat schon in ihrer Jugend gerne Tagebuch geführt. Sie hatte dafür so eine Internetseite. So einen Blog? Ja, genau so was. Gut, dann werden wir uns das Thema ganz genau ansehen. Und wenn wir irgendwas finden, dann sagen wir Ihnen Bescheid. Versuchen Sie jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Spurnsicherung ist da. Die nehmen sich gleich das Zimmer von Hannah Braunfeuer. Ja, okay. Was macht denn die Durchsuche? Ja, wir sind fast durch. Außerdem Junkie will niemanden was gesehen oder gehört haben. Wir gehen jetzt nur in den Keller und dann sind wir fertig. Und wie sieht's aus? Sie hatten recht. Mehr Fragen als Antworten. Aber ein paar Antworten können Sie uns vielleicht geben. Zum Beispiel die Zimmertür von Hannah Braun. Wir gehen davon aus, sie wurde aufgebrochen. Und Sie haben da wahrscheinlich irgendwas Sexmäßiges darin gefunden. Stimmt's? Waren Sie auch in dem Zimmer? Nein, das müsste ich gar nicht. Aber ich hab geraten. Wissen Sie, es kommt öfter vor, dass Unbekannte in die Zimmer des Hotels einbrechen, um dort Sex zu haben. Oder noch mehr. Also die Gegend ist, wie gesagt, nicht die beste. Ja, da haben Sie recht. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo. Also hören Sie mal, die Klimaanlage funktioniert immer noch nicht. Das ist eine richtige Zumutung. Es tut mir leid, aber unser Hausmeister hat die komplette Anlage erst vor vier Tagen überprüft. Aber er wird sie sich erneut anschauen. Es tut uns leid. Entschuldigen Sie mich. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, das können Sie. Und zwar mit einer funktionierenden Klimaanlage, bitte. Einen Moment. Ich überprüfe mal das. Ja, die funktioniert wirklich nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass die Lüftungsanlage im ganzen Haus gleich versagt. Das wäre nur möglich, wenn... Wenn? Wenn etwas den Zentralschacht im Keller blockiert. Ja, dann sollten wir uns mal den Keller ansehen. Nach Ihnen. Folgen Sie mir.